Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Söder Doomsday. Willkommen zur vierten Folge von Gears Tactics. Letztes Mal war es ziemlich schwitzend, aber wenn ich es beim ersten Mal geschafft habe, war es gar nicht so einfach. Und jetzt wollen wir in das nächste Kapitel gehen, aber vorher werden wir unsere Soldaten wieder optimieren. Aber erstmal mache ich die Kisten auf. So, wir machen erst die Nummer 1 auf. Kritische Trefferchance, alles klar. Beinschutz. Okay. Was der Blaue sagt, Genauigkeitsbonus. Alles klar. Dann Kaserne. Jetzt wollen wir ein paar mehr haben. Hier, das ist der neue, der Vorbestellerbonustyp. Ah ja, natürlich. Was hat der hier so? Ein Visier. Wow. Okay. Natürlich erstmal die Farben einstellen. Hier kriegst du hier schwarz. Oh, dunkelbraun von mir aus. Chrom natürlich. Muster kannst du auch noch haben. Wann ist denn das da? So. Kritische Trefferchance. Komm rein damit. Was hast du denn noch? Fähigkeitsbar. Wann kann ich jetzt von 10 Metern kommen, aus der Deckung hervor und werden unterbrochen. Stop. Nehmen wir das hier noch. Das ist auch gut. Alles klar. Ach ja. Bei den Schuhen hast du noch irgendwas. Oh, da ist was? Ach, hier unten. Machen wir das. Ach so, ne. Ist das schon auch... Ne, dann hat er nichts. So. Können wir auch erstmal die Fähigkeitspunkte machen. Da ist dies einer der drei Aktionen. Sie kann in dieser Runde mit schließen. Ja, er ist sich bewegt, verliert sie. Ah, okay. Okay. So. Mal gucken, bei den Waffen gucken. Genauigkeitsbonus. Immerher damit. Besser zielen ist immer besser. Bzw. besser treffen. Ich weiß, diese Einheitsschleudern, das Ziel zurück, das finde ich auch gut. Oh. Das ist auch besseres Ziel. Oh. Dann hast du noch Fähigkeitspunkte. Das ist gut. Ups. Alles klar. So. Haben wir jetzt alle... ...soweit erstmal abgegradet. Jo. Sieht man auch die einzelnen Werte. Schaden 245. Okay. Dann Mission. Kommen wir ins Kapitel 4. Let's go. Oh, ich glaube, einer hat noch hinzufügen. Ähm. Dann hätte ich gerne mal den hier. Mein Vorbestatter-Typ. Ansonsten hat er Splitter-Granate, Splitter-Granate, Stim-Granate. Okay. Ne. Alles klar. Dann. Auf zur nächsten Mission, Leute. Let's go. Einige deiner Einheiten haben verfügbare Ausrüstung. Wähle anpassen aus dem Ausrüstung. Was? Wegen dem Stiefeln oder was, die ich da hatte? Oder war das schlechter? Äh. Weg. Brauchen wir nicht. Let's do it. Die nächste schwere Mission beginn. Yay. Vielleicht sind wir über eine Lösung für unser Personalproblem gestolpert. Taktik.com hat einen Notruf aus dem Industriebezirk. Wer es auch ist, wir müssen helfen. Und wer weiß. Vielleicht helfen Sie uns auch. Gut möglich. Mach und wieder жизнь. Auskicke zu le, nicht? Ich r參u mir nicht. Das stimmt. Ich habe sie versucht euch. Hier. Keine Anhalter, Wichser. Scheiße! Das sind viel zu viele. Rückzug! Ab in den Memmeln! Zivilisten können nichts als wegrennen. Sishi ist besser als du. Okay! Beschütz den Truck! Weiß nicht, wie lange die Rüstung an ihrem Ding hält. Also rauf mit euch! Wir müssen ihnen eine reale Chance geben. So wie sie den Schwanz eingezogen haben, die hoffen nur auf ein Versteck. Notiert Sid Bewegung. Kontakt! Schaltet sie aus! Was sind sie denn hier, die Gegner? Ach da! Oh! Ne, nicht so geil! Gehen dran! Das bringt mir nichts. Oh, was? Nein! Oh! Okay. Die Zivilisten haben einen ziemlichen Monster Truck. Das ist ein Bergbauschlepper. Wohnbereiche, verstärkter Rumpf, Waffenkammer. Den holen wir uns, willst du damit sagen. Wenn ich das sagen wollte, hätte ich es gesagt. Okay. Lass die erst mal kommen. Ich sichere den Bereich hier. Befehle? So. Vorsicht! Zivilisten! Netter Versuch, Arschloch! Sie passt keine Munition her. Anfahrt! Ähm... Ähm... Oh, jetzt legen wir los, Kleiner! Das war ja gerade. Mal Kettensäge. Schießt du auf ihn? Na, oder gegen die Wand? Verdammt! Daneben! Warum auch nicht? Oh, ey. Ich kann das eigentlich. Ja, ja. Bleibe in Alarmbereitschaft. Sammeln. Ich kann ein Bayonett angucken. Ah, nee, der sitzt gleich vorne. Das ist schlecht. Muss nachladen! Ja. Startklar. Ja. 34%. Ja. Was ist denn das? Deckung sichern. Ja. Kannst du das auch? Okay. Soll ich mir mehr diese Fähigkeiten einsetzen, ne? Ja. Links oder rechts? Mach mal links. Ich postiere mich hier! Befehle? Ne, warte mal. Du kannst mal laufen. Oh, warten auf den Tor, Mann! Fühle, bitch! Dachte ich mir, dass ich die auch heilen kann. Das ist so schön, dass ihr das fressen könnt. So, ist richtig. Kein gültiges Ziel vorhanden. Ich mach das mal so. Geht mal rein. Du kannst dich auch mal heilen. Stimm ist auf dem Weg. Ah, 10%. Ach, das war doch nichts. Na ja. Auch noch Munitions! Dann lass es. An mir kommt niemand vorbei. Da, du. Ach komm. Machst du auch einfach mal. So, fertig. Okay. Das ist auch auf. Auf geht's! Oh, darfst mal nachladen. Eine Male weniger. So, ist schön. Gehst du jetzt mal rum rum? Auf den Weg. Bereit. Kiste hätte ich gerne. Das sollte nützlich sein. Ich bin bereit. Oh. Jetzt viel zu weit vorgelauben. Halte die Augen offen. Bisschen zu spät gesehen. Bisschen zu spät gesehen. Bisschen zu spät gesehen. Waffen bereit? Okay. Du gehst nicht, oder? Oh. Ist mein Visier verstellt? Was ist das für ein Spruch gewesen? Verstanden. Ist mein Visier verstellt? Oh. Explosionsschuss. 18% oder ob? Hm. Das wird doch nichts. Kann ich damit was machen? Nicht wirklich. Sag ich mit der Pistole aus. Und da auch nur 10%? Oh, 27%. Na, dann machen wir wenigstens das. Ich bin aus der Ölbahn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm schon, bring mich da rein. Hm. Bringt mir alles nix. Amokschuss. Wie schmeckt dir das? Kommt schon. Achtung, bereit machen für die Arschlöcher. Oh yeah. Keine Sorge. Hier wird jeder bedient. Kannst nicht lassen. Da ist auch noch ne Kiste. Oh, jetzt legen wir los, Kleiner. Bin unterwegs. All den weg. Wir sind nah dran. Weiter so. Ist da rein. Alles in Sack und Tüten. Hol hier. Ich nade nach. Kannst du... Hm. Ich bin hier. Bestätigt. Vorsicht. Heiße Maden-Action. Jetzt wird getötet. Ist er noch im Bereich drin? Ich hoffe mal nicht. So. Also. Aber wenigstens sein Ding setzt. Passt keine Munition mehr. Zustimmen. Ja. Ja. Na klar. Weg mit dem jetzt. Ah. Das sollte reichen. Gut. Klasse. Geh du erstmal da hin. So weit kommst du gar nicht. Auf dem Weg. geht's zu schnappen. Aber gerne doch. Oh. Dann lassen wir noch. Nachgeladen. Wie geht's weiter? Du musst da auch hinlaufen, Kollege. So. Verstanden. Lade ich. Alle, der darf noch. Na wobei. Nimm den mal. Und nachladen. Okay. Weiter geht's. Fightaktivität. Fühle jetzt. Zeit zum Handeln. Ein kleiner Boost für dich. 50%. Boah. Ernsthaft. Da hat er nur noch. 10 HP. Eine Kugel misstrecken. Was natürlich nicht der Fall ist. Ach, mein. Zu Befehl. Gut. Wir sind vor Ort. Jetzt geht in Deckung und grabt euch ein. Ach, was? Was? Ich glaube, die kommen jetzt alle hier rein, die Gegner, aber. Ich hätte trotzdem gerne erstmal den Typen da weg. Das ist nervig. Hey. Daneben geschossen. Geht doch. Jede Menge Blei. Oh, ihn hab ich schon. Sie sind am Boden, aber die kommen mit aller Macht zurück. In Deckung und bereit machen für Locust. Hätte man mal wissen müssen, gell? Hey, Madame Scharfschütze. Hebe dein Gewehr und rette uns den verdammten Arsch. Lass sie sich um ihre Verwundeten kümmern, Sid. Wir regeln das. Sollen wir ihnen noch den Truck waschen? Wir sind nicht ihre verdammten Lakaien. Das ist nicht so cool. Bin dran. Dann musst du doch mal auf die Seite. Ich darf ein Experte auf Standby. Ich bleib trotzdem mal auf die Seite gerichtet mit den beiden. Alles im Blick. Noch mehr Locusts im Anmarsch. Lass sie nicht zum Truck. Ich mach das schon ne lange Zeit. Klasse. War krass. Dürfen wir auch nicht fehlen. Dürfen wir auch nicht fehlen. Wie viele denn noch? Bisschen übertreiben tun sie es ja schon, oder? Nachgeladen. Ne, was ist? Okay. Heute nicht, Bade. In Bewegung. Granate, dann ein. Grafe Granate! Ausgangs Loch wurde erledigt. Bleibe in Alarmbereitschaft. Wie klappt das? Wofür hab ich denn hier noch alles? Granate platzieren, einschüchtern, Deckung suchen, sammeln. Ne, werf. So. Werfe ne Granate. Vier auf einschreiten. So ist schön. Dann lädst du noch mal nach. Machen wir mal so. Bestätigt. Wie spielen wir? Wie spielen wir? Auf jeden Fall deckungsmäßig. So. Entsichert und scharf. Da kommen sie! Ausgangs Loch direkt voraus. Ich seh dich! Und tschüss! Puh. Jetzt wird's interessant. Hallo. Ach, den kann er nicht treffen. Finde ich blöd. Letzter Schuss! Startklar! Ziemlich doof, dass die Kanaden so lange dauern. Man kann Kanaden platzieren. In Bewegung. Ist doch auch cool. 21%. Ey, tu jetzt mal nach. Nachgeladen! Ist natürlich die Frage, in die Richtung oder in die Richtung? Ja, Mann. Oh, Mann. Hm. Ist doof. Ja, Mann. Vamos. Ja, so. Halte Ausschau! Befehle für mich? Ja. Du gehst mal da hin. Überall! Du hast auch Granate. Jawohl! Ja, Mann. Werfe Granate! Ah, nicht schlecht. Und Tschüss! Ey, du machst mal... auch noch Overwatch. Und zwar mehr so in... die Richtung. Gebe Feuerschutz! Hab's schnallen, Leute! Ja, mit ihm kann ich jetzt nicht viel machen. Geh' dich den Hauch einer Chance! Sichere mir ein Schussfeld! So, du... Geh' jetzt mal da hin... Und zeig's den Jungs mal, was seine Waffe kann. Ich hör' zu! Ich glaub' mit ihm... Ich hör' zu... Natürlich schlecht, dass er jetzt nachladen muss. Das war mal ein Kill-Soldat. Da war ich gut. Die trifft er natürlich nicht. Hatte er klappen können. Das Loch, das nervt. Oh, jetzt ist es eh zu. Bum. Ha. Alles klar, Leute. Auf geht's. Das ist auch schön reingelaufen. Wer hätte es gedacht? Hey. Ach, drauf geschissen. Jetzt weg mit dem. Okay, da. Komm weg mit dem jetzt. Kaboom. Schön gemacht, Baby. Als erster töten, als letzter sterben. Krass. Okay, kann man machen. Außer ihm, dann weg. Jetzt nur seine Zurückhaltung. Dürfst du den? Oh ja. Das war nicht mit Schleicht auf. Wachfeld gesäubert. Feind am Boden. Das sind aber noch 20%. Ich trau dem Frieden nicht. Ist hier doch eigentlich eine Kiste irgendwo? Da! Hab's gesehen. Bleibe in Alarmbereitschaft. Ach, scheiße. Ich trau dem Frieden hier nicht. Er kann aber weit gehen, ne? Er kann echt weit gehen, ne? Fünf... Fünf Punkte hat der. Melde mich zum Dienst. Ja, du kannst dich jetzt auch mal hier rüberziehen. So. Dann können wir hier nochmal aufwachsen. Überwache die Umgebung. Behaltet alles im Blick. Sie kommen jetzt von der anderen Seite. Das dachte ich mir schon. Ich dachte, das soll der Letzte sein. Verschwindet. Halte Ausschau. Ne, oh, watch. Ich sichere den Bereich hier. Bin dran. Warte, er hier ist ganz geil, weil er ziemlich viele Punkte hat. Finde ich sehr nice. Oh ja, ich hab genug für euch allen. So. Also komm. Vorsicht. Heiße Maden-Hacktchen. Sie lernst nie. Habt ihr ihr Visier? Du hast natürlich die Arschkarte gezogen. Letzter Schuss. Machen wir uns mal ein bisschen spannender. Jetzt ja nicht in die Brüche. Da darf ich nicht mehr laufen, oder was? Natürlich schlecht. Machen wir mal Overwatch. Halte Ausschau. Jetzt tu mal. Vorwärts. Da hin. Du machst auch Overwatch. Ne, halt, du musst nachladen. Brauche Deckung. Lade nach. Befehle? Oh, er hat keinen Punkt mehr. Aber natürlich nicht so cool. Ja. An mir kommt niemand vorbei. So, und du? Bleibs mal. Auf dem Weg. Ich glaub, noch jemanden triffst. Ja, so zum Beispiel. Da kommen sie! Ach, das ist auch noch einer. Ach, das ist jetzt. Ich brauche hier mal Hilfe! Verstanden. Oh, ey. Oh, ey. Ah, warte mal. Ich will mal das Bajonett machen. Schön. Das sollten die Letzten sein. Schaltet sie aus! Start klar! Erstmal ihn ja wieder hochholen. Mein Team braucht mich. Dann machst du auch den letzten Kill. Bestätigt. Hättest du dich nicht mit mir anlegen sollen. Na gut. Noch einer! Vier Prozent höher da. Bereit. Mach Schluss jetzt. Ich bring den Müll raus. Ende. Gute Arbeit. Position gesichert. Jetzt lasst uns sicherstellen, dass es allen gut geht. Nicht gerade dankbar. Wir sollten abwarten. Mit denen? Nee. Du weißt wieso. Tja. Tja. Perfekt. Tja. Hey. Wir kamen wohl gerade rechtzeitig. Hört zu, Fascho. Euer Hammerangriff hat alles zerstört. Wenn ihr Dank wollt, seid ihr hier falsch. Ich seh das so. Mumm. Nur keine Disziplin. Wenn wir euren Notruf nicht gehört hätten, werdet ihr schon überrannt. Helfen wir doch einander. Macht mit. Na gut. So seh ich das. Ein Haufen von Faschos sucht nach Kanonenfutter und rekrutiert dafür Zivilisten. Hm. Er jagt den irren Locust. Ukon. Was weißt du über ihn? Genug. Wo er sich so aufhält. Zeig's mir. Vielleicht. Wenn der Preis stimmt. Aber sie springt nicht an. Falls ihr Schwachköpfe keinen Mechaniker habt, gehen wir also nirgendwo hin. Hm. Ich kenn da einen. Er selber. Ja. Das war Kapitel 4. So Leute. Wir sind wieder im Menü. Und das heißt, die Folge ist wieder zu Ende. Gefällt dir Gears Tactics? Bewertet das Spiel und lässt es uns wissen. Ja. Mir gefällt's. Aber ich will jetzt keine extra Seite. So. Dann würde ich sagen. Soll es das gewesen sein mit der Folge. Aber erstes Mal. Du hast eine Rücksichtsmarke erhalten. Mit einer Rücksichtsmarke erhältst du die Fähigkeitspunkte an der Einheit zurück. Okay. Ja. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Gears Tactics. Und. Ja. Ihr könnt ja mal Feedback dalassen, wie ihr das Spiel findet. Also mir macht's eigentlich ziemlich viel Spaß. Auch wenn's ab und zu ein bisschen gemein ist. Weil ja viel zu viele Gegner kommen. Aber es ist halt so, ne. Gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday bei DGV. Euer Doomsday bei DGV.